Ja, willkommen zum Fazit zu Yukon Airways und ja, ich will sagen, ich habe hier drei Spiele gespielt, einmal zu viert, zweimal zu zweit und das reicht mir, um dieses Spiel aussagekräftig meine Meinung sagen zu können, denn dann kennt man das Spiel und weiß, was es macht und das ist einfach genial. Aber wie immer die Eckdaten und die Standardpunkte als erster, ja Eckdaten, nee, Standardpunkte, Material, absolut cool, ja, also die Box fühlt sich schon sehr hochwertig an, ja, mit UV-Print und so weiter, die Qualität setzt sich auch beim Spielmaterial fort, sehr schöne Karten, sehr schönes Material hier drin, fühlt sich alles haptisch auch richtig geil an, schöne Holzflugzeuge, die ihr da habt und coole Holzkomponente, und vor allem das Artwork hat mich auch total abgeholt, ja, also ich muss sagen, das Ganze ist hier, wenn ihr euch das Cover schon mal ansieht, ja, das ist so schön thematisch gestaltet, vor zwei Jahren habe ich selber noch gerne Modellflugzeuge geflogen, ja, das erinnert mich dann auch irgendwie ein bisschen daran, ja, ich müsste das mal wieder aktivieren, dieses Hobby und das ganze Thema kommt eben aufgrund des Artworks auch schon ganz gut rüber, ja, wenn man sich die Landkarte hier ansieht und vor allem diese sauschönen Ticketkarten hier, die haben so eine schöne Rückseite, einfach geil und als Tipp hier eben, Hinweisgleich, beziehungsweise gleich so ein Easter Egg auf mein letztes Video, ja, Ultimate Guard Supreme, Frosted habe ich hier benutzt, also ich zeige es nochmal, Frosted, ja, Frosted ohne Matt, ganz wichtig, falls euch die Sleeves gefallen haben, die habe ich hier benutzt und die Kartenrückseite, ja, die ist einfach sehr schön, auch die Vorderseite der Tickets, mich hat das Ganze total abgeholt, also materialtechnisch finde ich es echt toll. Ja, dann Spieleranzahl, ich habe zu zweit und zu viert gespielt, ja, logischerweise fällt drei Spieler natürlich auch unter die Vierspielerkategorien, aber ich kann nur sagen, es funktioniert hervorragend zu zweit, hervorragend zu viert, wahrscheinlich auch zu dritt. Der Unterschied zwischen zwei und vier Spieler, beziehungsweise drei Spieler, das wird natürlich die meisten interessieren, der besteht einfach darin, ihr habt dann pro Spieler nur zwei Holzwürfelchen, was das Ganze natürlich enorm eingrenzt, ja, da war ich anfangs skeptisch, aber ich kann euch beruhigen, wenn ihr das Spiel zu zweit spielen wollt, macht es auch enorm viel Spaß, ja, das Einzige, was euch vielleicht ein bisschen fehlen wird, mit mehr Spielern ist das Spiel viel gemeiner, viel fieser, ja, alleine schon beim Dice-Drafting ist es viel gemeiner, weil nicht alle Würfel auch neu geworfen werden und die Würfel dann auf den Feldern liegen bleiben und, ja, da wird euch sicher oft ein paar Würfelchen weggenommen werden, ja, wenn ihr kein Geld habt und die Würfel nicht bewegen könnt und das ist natürlich auch ein schöner Aspekt, dass wir die Würfel bewegen, aber mit mehr Spielern ist natürlich dieser Konkurrenzdruck größer, aber ich will nicht sagen, dass es zu zweit dann schlechter ist, nein, überhaupt nicht, es ist beinhart auch zu zweit, ja, wie gesagt, es liegen weniger Würfel da und da kann es sein, dass eine Location mit einem Anflug schon abgefrühstückt ist, ja, und das hat natürlich auch einen positiven Effekt, dass sich auch auf die Spieldauer auswirkt, meine Frau hat die zwei, haben die zwei Spielerpartien enorm angefixt, ja, soviel nur dazu, also ich finde, es funktioniert in jeder Besetzung sehr, sehr gut, nur Solo habe ich leider keine Zeit gehabt zu testen. Ja, dann die Thematik, finde ich, kommt auch ganz gut drüber, natürlich ist es eher von der Mechanik her abstrakt, klar, ihr habt das Worker Placement Mechanismus mit diesem Dice Drafting, ja, aber andererseits ist es schon sehr, sehr thematisch, nicht nur wegen dem Artwork, sondern auch, dass man hier Gates gemacht hat, ja, und die Würfelpassagiere sind, und jetzt kommt's, die setzt man in sein Flugzeug und basierend auf dem Gewicht, das ihr ein Flugzeug habt, ja, wegen den Passagieren eben, habt ihr dann auch Treibstoff für die nächste Runde zur Verfügung. Und es passiert euch garantiert am Anfang, wenn ihr das erste Mal spielt, dann denkt ihr nicht auf diesen Effekt mit dem Flugzeug, ja, man sitzt da und denkt, ja, wie komme ich denn an Treibstoff, wie komme ich denn an Treibstoff, ach ja, ich darf nicht so viele Passagiere mitnehmen, wenn ich nur einen reinsetze, bekomme ich schon drei Treibstoff, und dann denkt man noch drüber nach, ja, wie viele Karten als Bonus spiele ich dann aus, um noch mehr Effekte zu triggern, ja, das ist dann natürlich das bisschen Abstrakte, was dann aber wieder in das schöne Thematische umwandert, wir spielen eine Ticketkarte, die sozusagen dieser Passagier gekauft hat, setze den Passagier drauf, fliege hin und habe ihn abgeliefert, ja. Also thematische Mechaniken kombiniert mit ein paar abstrakten Mechaniken ist wirklich ein sehr schönes Spielgefühl, und ich finde, es ist thematisch auch sehr gut rübergekommen, also ihr bekommt ihr wirklich ein sehr tolles, schönes Pick-up-and-Deliver-Game. Ja, dann die Spieldauer ist auch sehr angenehm, die Erstpartie zu viert hat natürlich, ich glaube, drei Stunden gedauert, aber wir hatten dann ein bisschen Regelprobleme, ja, ein Spiel als erstes zu spielen und dann gleich noch mit vier Leuten und auf Englisch, und die Anleitung ist an manchen Stellen vielleicht ein bisschen schwammig formuliert, ja, da kam ich dann auch am Anfang selber nicht ganz zurecht, das kann man dann umnützen, wie man wollte, ihr kennt das, wenn es Regeln gibt, wo man sagt, ja, das könnte man auch so spielen oder so. Ja, dadurch dauert die Partie zu viert auch ein bisschen länger, aber zu zweit war das echt der Hammer, ja, also zu zweit haben wir so eine Partie auch in einer Stunde schon mal runtergespielt, Stunde bis eineinhalb Stunden, und zu viert würde ich dann auch sagen, es steht ja hier drauf 60 bis 90 Minuten, und ich würde sagen, zu viert würde ich so rechnen, zwei Stunden, wenn jeder das Spiel wirklich drauf hat, ja. Mit Grübeln, wenn er es mit extremen Grübeln spielt, dann wird es natürlich höher, aber dazu brauche ich ja eh nichts sagen, das wisst ihr ja, wie das ist. So, Preis-Leistung finde ich sehr gut, 45 Euro hat das Spiel gekostet, also wirklich für das, was man bekommt, ja, ein tolles Spiel, tolles Material, da ist schon ganz schön was drin auch, ja, also 45 Euro finde ich total korrekter Preis für dieses tolle Spiel, ja, bin ich wirklich, wäre ich wirklich bereit nochmal dafür, das zu zahlen. Also ich kann es nur empfehlen, der Preis war echt cool, ja, vielleicht findet ihr es auch noch billiger, aber bei P3 Comics denke ich mir, ich glaube, das waren 45 Euro bei P3 Comics, also schon auch ein schöner Preis. Ja, dann zusammengefasst. Gibt es Negativpunkte? Ich fange da gerne mit den Negativpunkten an. Nicht viele, aber die gibt es, oder eigentlich nur einen, ja, einen Negativpunkt, würde ich sagen, ja, einen wirklich materialbezogenen Negativpunkt, den ich vorher nicht erwähnt habe, Double-Sided Layerboards. Ist ja cool, wenn es Double-Layerboards gibt, ja, Double-Layerboards, nicht Double-Sided, also Double-Layerboards, die sind schon sehr schön gemacht, aber die Rädchen, die sich da drauf befinden, ich wollte sie jetzt gerne vorzeigen, aber das ist jetzt ein bisschen schwierig, alles verpackt, die verstellen sich dann manchmal, wenn man die auf dem Tisch liegen hat, ja, oder auf einer Matte, wie auch immer. Das ist ein bisschen nachteilig, ich finde die Tachonadeln qualitativ viel zu filigran, ja, und ihr kennt das ja von diesen Live-Teils, die man hat, die man dann drehen kann, um die Lebenspunkte anzuzeigen, und ich finde, das ist natürlich die gleiche Bauweise mit den Kunststoffclips in der Mitte, aber die sind wirklich nicht optimal, ja, also da habe ich schon Besseres gesehen, die sind teilweise wirklich zu weit auseinander, und dadurch kann es passieren, dass sich die Tachonadeln verstellen, wenn man unabsichtlich das Board verrutscht, ja, da müsst ihr wirklich darauf achten, Leute, das finde ich nicht so schön gelöst, da hätte man von den Plastikclips her ein bisschen bessere Qualität machen können, ja, das habe ich vorher beim Material vergessen zu sagen, aber da eben die Zusammenfassung, das hat mir wirklich nicht so gefallen, aber ansonsten, spieltechnisch hätte ich da nichts einzuwenden, Also gehen wir gleich zu den positiven Punkten über. Ja, erstmals baut man das Spiel auf, liest sich die Regeln durch, und man denkt sich, boah, ja, also eigentlich überhaupt nicht kompliziert, ja, total einfache, schnelle Regeln, ja, schnell gelesen, nicht viele Seitenanzahl, vielleicht ab und zu ein paar Fragen, die aufkommen, ja, weil eben ein bisschen schwammig formuliert, das konnten wir natürlich aber dann lösen, und dann denkt man sich, ja, ja, ich hoffe, dass es nicht zu seicht wird, ja, und dann spielt man die ersten paar Runden, und man sieht schon das Potenzial dieses Spiels, und es wird so verkopft, ja, es wird echt der Hammer. Also, der schlimmste Part an diesem Ganzen, was natürlich angenehm ist, das ist, wenn ihr an dieser Phase angelangt seid, in der ihr die Handkarten zieht, und dann entscheiden müsst, welche Handkarten werfe ich ab. Ja, und dieser Effekt, den habe ich so stark noch selten in einem Spiel gesehen, weil ihr bekommt dann so viel Input auf einmal in den Kopf, dass es der Wahnsinn ist, ja, ihr müsst berechnen, wo fliege ich hin, ihr habt zehn Locations, ihr habt 15 Würfel auf dem Spielplan, mit verschiedenen Farben, ihr habt verschiedene zufällig aufgeteilte Cubes auf den Locations. Ja, das heißt schon, ich glaube, drei Faktoren war das jetzt, dass ihr mal berechnen müsst, ja. Dann der Faktor, Bonus von den Handkarten. Will ich jetzt diese Location anfliegen und auch noch die zwei Bonuskarten dazu spielen, ja, oder fliege ich eine andere Location an, damit ich andere Bonus-Symbole triggern kann und verzichte auf die andere Location, ja. Dann kommt noch der Faktor dazu, ja, da gehen mir die Hände schon und die Finger aus, kommt der Faktor noch dazu, dass ihr dann die Upgrades berechnen müsst, ja. Ja, gehe ich lieber zwei Würfel abliefern, zahle ein bisschen mehr Geld, ja, für die Aktion, dass ich Würfel bewegen kann und bekomme dadurch zwei Upgrades oder wenn es gut läuft sogar drei Upgrades. Welche Upgrades will ich denn dann überhaupt durchführen? Welche Strategie will ich denn da fahren für die nächste Runde, ja. Also das wären schon sieben Faktoren, die ihr im Kopf zum Denken habt, ja. Also wie gesagt, auch dieses Einberechnen der Würfelbewegungen, bevor ihr den Würfel nehmt. So, dann kommt der nächste Faktor dazu. Ihr habt von diesen sechs Einsatzfeldern noch die Aktionen dazu, die ihr triggern könnt. Und das alles müsst ihr in eurem Kopf durchplanen, wenn ihr entscheidet, welche Karten ihr abwerft, ja. Klar, das kann natürlich ein bisschen zu Downtime führen, aber dadurch, dass jeder Spieler gleichzeitig überlegt, fällt euch die Downtime fast nicht auf, ja. Und das ist sehr geil gemacht in diesem Spiel. Das ist irgendwie so genau der Punkt, an dem ihr wirklich entscheiden müsst, was mache ich. Und wenn ihr da einen Fehler macht, dann könnt ihr schon noch ausweichen auf andere Locations, wenn ihr die auf der Hand habt, aber meistens dann mit Einschränkungen. Und das ist echt genial in diesem Spiel, ja. Und wenn ihr das zu viert spielt, dann kommt noch der Faktor hinzu, ihr müsst schauen, wo bewegen sich die anderen Spieler hin, ja. Also, da kann man schon vielleicht antizipieren, welche Sachen will er wieder haben. Man startet ja immer wieder in der nächsten Runde von derselben Startposition, von derselben Location aus, und macht einen One-Way-Ticket-Flug durch. Das ist natürlich sehr geil. Und das sind alles Faktoren, das müsst ihr genau in diesem einen Moment berechnen, um euren Spätanzug dann wirklich für euch optimal durchführen zu können. Und das ist richtig geil in diesem Spiel. Genau das macht es, ja. Und dieses, man muss das einfach fühlen, ja. Es sieht einfach aus, wird aber dadurch wirklich sehr komplex. Und wenn man es aus dem Bauch heraus spielt, ja, dann wird man nicht so viel Chance haben gegen Spieler, die sich überlegen, fliege ich viele verschiedene Destinations an, welche Upgrades mache ich und so weiter, ja. definitiv ein klares Expertenspiel, finde ich, dass, wenn man sich reinsteigert, wirklich zu Kopfschmerzen führen kann, dass ich so wirklich nicht erwartet habe, ja, mit wenigen Aktionen so eine komplexe Denkweise zu entwickeln, dass es wirklich fast schon unmöglich ist, seinen Zug perfekt durchzuplanen, aufgrund der vielen Locations und der Auktionen, die er hat. Ja, das ist meine Meinung zu Yukon Airwaves. Ich hoffe, ich habe euch das halbwegs sachlich darstellen können. Ich finde das Spiel genial. Für mich wäre das so eine 8 bis 9, würde ich sagen. ich kann leider nicht jedes Spiel auszeichnen, das wäre ja voll der Spam, aber es ist definitiv ganz hoch gerankt bei mir. Meine Frau liebt dieses Spiel, ja, ihre Reaktion drauf war, ja, und das sagt schon alles und wir haben es zu zweit gespielt und also auch richtig geil zu zweit. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr Pickup, entweder lieber mögt, gepaart mit Würfel-Drafting, also Dice-Drafting, Worker-Placement, dann holt euch dieses Spiel. Ja, es sieht auch optisch sehr toll aus mit einem schönen Thema. Da habe ich auch gelesen, dass der Vater des Autors da noch viel mitgewirkt hat, der dann aber 2014 auch verstorben ist und leider nicht mehr mit ansehen konnte, wie sein schönes Spiel hier verwirklicht wurde. Schade, darum tut mir echt leid, aber das ist wirklich eine Perle geworden, eine Messeüberraschung sozusagen und meine vollste Empfehlung für Euro-Game-Liebhaber. Kauft euch dieses Spiel und das war's. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Rezension wieder. Lasst mir einen Daumen hoch da, ein Abo oder unterstützt mich auch auf Patreon, wenn ihr wollt und dann sehen wir uns wieder. Ich hoffe beim nächsten Mal viel Spaß beim Spielen. Euer Austin Boardgeber. Ciao.